1977 ansurft, das müssen wir noch ganz kurz machen, dann findet man, glaube ich, hier unter den Konsolen oder es war unter den... Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, es war unter dem Pong-System. Surft da mal auf 1977. Da findet ihr nämlich die erste Konsole von Nintendo, die da rausgekommen ist. Das war nämlich auch so ein Spiel-Pong-System. Interessante Geschichte. Könnt ihr mal ansurfen. Ja, Timmy, man muss nicht ins Museum gehen, um Pong zu spielen, denn ich habe ein neues Spiel erfunden. Es heißt Real-Life-TV-Pong-Monday. Und ich würde euch bitten, jetzt mal, Tim, gehst du mal rechts neben den Tasman. Christiane, links. Hervorragend. Jetzt muss ich nur noch was sehen können. Ja, das ist natürlich schwer. So, warte. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Ja. Ach, Quatsch, die konnten ja gar nicht nach vorne. Was rede ich für heute? Ach, die hat es mir schwieriger. Ja. Ja. Oh, knapp, 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 knapp. Ah. Oh, knapp, 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 knapp. Und knapp. Ja, durch. Ja, gewonnen. Oh, Timmy. Keine Chance. Hast ihn durchgelassen. Aber vielleicht ist dir das gar nicht so unrecht, denn Christianes Preis ist eine Werbeüberleitung. Viel Spaß mit der charmantsten Werbeüberleitung aller Zeiten. Ja, das freut mich sehr. Ich leite natürlich wahnsinnig gerne in die Werbung über. Und zwar wird es folgendermaßen aussehen, Doppelpunkt, ab in die Werbung.